Der Satz der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Der Mensch ist gleich an Rechten und Würde geboren. Wenn dieses Prinzip aufrechterhalten werden will, dann muss es andere Umverteilungen geben. Dann muss es Umverteilungen zugunsten der Gesellschaft geben und nicht zugunsten einiger weniger. Nur dann kann das humanitäre Prinzip aufrechterhalten werden. Wenn wir so weitermachen, dann kommen neue Selektionsmechanismen. Selektionsmechanismen zwischen Staaten, zwischen Rassen, zwischen Religionen, zwischen berechtigten Menschen, zwischen unberechtigten, zwischen wertvollen und nicht wertvollen Menschen. Dann wird der monetäre Wert des Menschen irgendwann in den Vordergrund geschoben. Und dann beginnt ein neues Zeitalter der Barbarei. Das ist unausweichlich. Letztlich zahlen es immer die ganz durchschnittlichen normalen Bürger, der sogenannte kleine Mann oder die kleine Frau, die für sich als Einzelne auf diesen Prozess keinerlei Einfluss haben, es sei denn, sie organisieren sich und finden eine organisierte Vertretung ihrer Interessen, die mächtig genug ist, diesem Prozess entgegenzutreten. Wir sehen unten im Reichstag, im Sitz des Deutschen Bundestages, das Ende des Zweiten Weltkrieges, der hier im Reichstag praktisch beendet worden ist, mit der Übernahme des Reichstags durch russische Soldaten, die dann ihren Gruß an die Heimat, an die Wand gemalt haben. Und das ist hier erhalten geblieben als Mahnmal dafür, dass wir ohne völlig neue Lösung der Verteilungsfrage und ohne völlig neue Lösung der Umweltfrage hin zu erneuerbaren Ressourcen, weg von den erschöpflichen Ressourcen, die nicht für alle reichen. Wenn wir das nicht machen, dann kommen Dinge, wie sie hier ihr Ende gefunden haben im Zweiten Weltkrieg, in irgendwelchen Formen immer wieder. Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!